Unsere gesetzliche Rentenversicherung ist, ehrlich gesagt, eine richtig gute Erfindung. Diese Erfindung zu erhalten und sie besser zu machen, ist deswegen für uns als Sozialverband VdK ein richtig gutes Ziel. Kritikpunkt 1. Nicht alle zahlen ein. Ein kritischer Punkt ist, dass die Rentenversicherung vor allem von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern getragen wird. Sowohl die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber. Beamtinnen, Beamte, Abgeordnete und Selbstständige müssen derzeit nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und haben andere Versorgungsmodelle oder bei vielen Selbstständigen einfach gar keine Altersvorsorge. Kritikpunkt 2. Die Bundeszuschüsse zur Rente sind zu gering. Stellen Sie sich mal vor, eine Frau, die vor 30 Jahren drei Kinder zu Hause hatte, hat die Kinder selber erzogen und natürlich in dem Moment kein Erwerbseinkommen gehabt und keine Rente angespart. Ihr Mann, vielleicht ein Fotograf, hat gesagt, kein Problem, ich verdiene so viel, dass es für uns beide reicht. Sorge auch dafür, dass wir im Alter genug Geld haben. Ein Problem ist also, dass der selbstständige Fotograf nie in die Rentenkasse eingezahlt hat, seine Frau aber trotzdem eine Rente bekommt, weil sie eine Mutter ist, die sich um was ganz Wichtiges gekümmert hat, um unsere Zukunft, um Kinder, die irgendwann zu Erwachsenen werden und selber arbeiten gehen. Und für diese Leistung kriegt sie Rentenpunkte. Und damit diese Rentenpunkte von ihr bezahlt werden können, gibt es einen sogenannten Bundeszuschuss, also Geld vom Staat, das der Rentenkasse zur Verfügung gestellt wird. Die Zuschüsse vom Staat, also von uns allen, sinken aber immer mehr. Und viele Kritiker sagen, die müssen noch viel weiter sinken, weil es immer noch zu teuer ist, was der Staat der Rentenversicherung an Geld gibt. Was aber für mich der wichtige Punkt ist, aus dem Rentenversicherungssystem kriegen Personen finanzielle Leistungen, die selber nie eingezahlt haben. Und der Staat schafft hier lediglich einen Ausgleich. Kritikpunkt 3. Eine längere Lebensarbeitszeit ist für viele nicht zu stemmen. Was gerade viele Wissenschaftler ständig wiederholen, ist, dass die Menschen doch endlich mal länger arbeiten sollen. Bis 69, bis 70 oder gern auch drüber raus. Wir wissen auch aus der Rechtsberatung des VdK, dass viele Menschen das Renteneintrittsalter überhaupt nicht erreichen, weil sie das körperlich und psychisch überhaupt nicht schaffen und früher in Rente gehen müssen. Deswegen ist es überhaupt nicht zielführend, den Leuten immer wieder zu sagen, arbeite länger und zwar ganz egal, ob du eine entspannte, sitzende Tätigkeit am Schreibtisch, im Büro hattest oder ob du auf dem Bau gearbeitet hast, im Lärm, im Staub und immer einen riesen Stress hattest. Das gesetzliche Rentenversicherungssystem hat ganz viele gute Eigenschaften. Eine gute Eigenschaft dieses Systems ist, dass es von vielen Menschen getragen wird und deswegen extrem sicher und extrem gut planbar ist. Ich glaube an das System der gesetzlichen Rentenversicherung, aber dieses System braucht Neuerungen. Und wie eine gute Reform das Rentensystem aussehen kann und was im Rentenpaket 2 beinhaltet sein muss, das erkläre ich euch im nächsten Video.